Schönen guten Morgen. Was Sie jetzt hier gerade sehen, ist die Notlösung, auch wenn sie etwas netter anmoderiert wurde. Dirk Bohmister, mein Name, aus meinen Medien. Große Enttäuschung, Herr Borster ist nicht da. Das, was Sie jetzt sehen, ist eigentlich etwas, was nie mit einer Behörde passieren darf. Die Hühnerleiter implodiert. Senator krank, Staatsrätin krank, persönlicher Referent krank. Unser kommissarischer Amtsleiter auch nicht greifbar. So, jetzt stehe hier der Fachreferent. Der Fachreferent hat am Freitag seinen Redeentwurf abgegeben. Und wie das dann so ist, typischerweise, das werden Sie kennen von Herrn Borster, der redet dann natürlich was ganz anderes. Wir schreiben permanent für den Papierkorb. Und deswegen freue ich mich total heute, dass endlich mal eine Rede gehalten werden kann. Es wird ein bisschen anders klingen, können Sie sich denken. Also, liebe Frau Spengler-Arens, lieber Herr Greff, liebes Publikum. Der Germanist Moritz Bassler kritisiert heutige populäre Romane als liegestuhltaugliche Literatur, die nur dem Anschein nach anspruchsvoll sei. Er unterstellt dem Literaturbetrieb eine Tendenz zum Mittelmaß, bei dem relativ banale Erzählungen bedeutungsvoll verpackt werden. Selbst bei komplexen Themen wie Auschwitz und Rassismus werde den Leserinnen und Lesern letztlich nicht zugemutet. Sprache, Plot und Charaktere seien letzten Endes verdauliche, leichte Kost, die allen das Gefühl geben, mit der eigenen Welt sich doch auf der richtigen Seite zu stehen. Dieser am Markt sehr erfolgreiche populäre Realismus, so Bassler, fordere nicht heraus. Er erzeuge Irritationen nicht und auch keine weitergehende Reflexion. Hinter der Kritik, dass jetzt populäre Literatur einfach nicht anspruchsvoll genug sei, da mag vor allem akademisches Naserümpfen dahinter stecken. Denn was nicht so richtig ansteckend zu lesen ist, das könne ja wohl auch nicht wirklich Substanz haben. Allerdings können wir diese von Bassler kritisierte Tendenz zur Mittelmäßigkeit und Selbstbespiegelung auch in anderen Mediengattungen inzwischen sehen. Filme werden beispielsweise, also die Blockbuster zumindest, sehr stark auch auf der Basis rechneter Wahrscheinlichkeiten eines Erfolgs beim Publikum produziert. Und auch Popsongs folgen oft einer kompositorisch, Moment, ist schön abzulesen. Ich habe die übrigens nie geübt, diese Rede. Ja, vielen Dank. Also diese Popsongs folgen einer kompositorisch- einer algorithmischen Logik, die auch auf den Erfolgsfaktoren früherer Songs basieren. Und künstliche Intelligenz setzt dem Ganzen jetzt quasi nochmal die Krone auf. Wir merken das ja bei ChatGPT. Ich glaube, jeder hat damit rumgespielt und gemerkt, was da so für faszinierende Sachen bei rauskommen können. Aber am Ende ist das Ding relativ einfach, weil es im Kern nur darauf gründet, die statistisch höchste Wahrscheinlichkeit dafür zu berechnen, was auf eine Frage jetzt als nächstes Wort, als nächster Satz kommen mag. Und genau diese Auswahl nach der statistisch höchsten Wahrscheinlichkeit ist es auch, die eben gerade nicht Überraschendes hervorbringen kann, Abweichendes und Neues. Sondern es ist immer ein Mehr des Immergleichen. Und ich glaube, jeder hier spürt so, dass jenseits dieses typischen Hypes, das wir kennen, wenn wir uns mit Technologie beschäftigen, da etwas bleibt, was grundlegende Veränderungen gerade für die Kreativberufe mit sich bringen wird. ChatGPT ist die am schnellsten wachsende Anwendung aller Zeiten. ChatGPT hat acht Wochen gebraucht für 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das ist unglaublich. Also TikTok hat ja für neun Monate gebraucht und Instagram zweieinhalb Jahre. Sagt jedenfalls die Schweizer Bank UBS, der wird schon recht haben. Also mit anderen Worten, da stößt etwas Neues auf unglaubliche Resonanz erstmal, dass vieles verändern wird in der Bildung. Damit beschäftige ich mich meistens mit der Wissenschaft und in den Medien natürlich auch. Also wie wir Informationen suchen, wie wir Inhalte produzieren etc. Und jetzt kann man sagen, ich glaube, das wird hier heute auch so ein bisschen aufgeworfen, ist jetzt also auch die Kreation als letzte Bastion der Menschen vielleicht in Gefahr, was ja sicherlich im Kontext des ADC-Festivals wichtig ist als Leistungsschau der deutschen Kreativwirtschaft. Ich bin auch sehr gespannt, was da am Ende dieser Debatten wirklich rauskommen wird, weil wir da noch ganz am Anfang stehen. Gegenwärtig hören wir jedenfalls einerseits die Pessimisten, die sehr kritisch sind. Wir hören die Optimisten, die völlig euphorisch sind. Das ist, glaube ich, auch immer in solchen Bereichen so. Und die Optimisten betonen erstmal die Kraft des Empowerments. Also jeder Mann kann inzwischen Texte schreiben, kann, konnte man vielleicht vorher auch, aber jetzt machen sie auch viel mehr Sinn vielleicht, Musik zumindest, auch wenn man keine Noten lesen kann, kann man auf einmal komponieren etc. Und dabei kommt, das hatten wir auch gerade eben gesehen, manchmal auch so ein bisschen bizarrer Quatsch heraus, aber oftmals ist es hinreichend gut genug. Das reicht. Den meisten Leuten ist es genug. Und für die Profis haben die Optimisten zumindest die These parat, dass sie sagen, diese Shitjobs, die man machen muss, die auch irgendwie am kreativen Gewerk zuzuordnen sind, aber die echt nicht Spaß machen und die auch nicht wirklich was mit Fantasie zu tun haben, die fallen weg. Also das ist sicherlich eine gute Botschaft, dass man von stumpfsinnigen Tätigkeiten als kreativer künftig befreit sein wird oder mehr befreit sein wird. Und es ist natürlich zu begrüßen, wenn wir alle besser fotografieren, schreiben, you name it, machen können. Nur die Frage ist, ob das der Maßstab ist für menschliches Schaffen, also für wirklich die Umsetzung von menschlicher Kreativität. Die beim ADC präsentierten Arbeiten sind alljährlich beeindruckende Belege für den Einfallsreichtum der deutschen Kreativbranchen. Und da kann eine KI systembedingt eben nicht mithalten, weil sie aufgrund von Bestehendem trainiert wird und daraus eben keine ästhetische Revolution hervorbringen kann. Sie kann keine gedanklichen Geniestreiche hervorbringen. Und ich habe mal geguckt, was passiert denn, wenn ich da sage, mach mir mal einen Werbeslogan für neue Turnschuhe. Also dann kommt da sowas raus wie ein neuer Tag, ein neuer Style mit neuen Turnschuhen von... Also da sind sie wie... Reicht, ne? Genau. In der Ernstheit, ich glaube, ein Text da, das würde Mitleid, glaube ich, bei Ihnen in den Agenturen, glaube ich, auslösen, aber eben nicht mehr. Und doch sollte, glaube ich, dieses kleine Beispiel, dass niemanden in falscher Sicherheit wiegen. Erstens, weil Mittelmaß, wie ich eingangs am Beispiel Literatur beschrieben hatte, offenbar am Markt ganz oft reicht, ja? Und das Besondere und Geniale nicht zwangsläufig von allen erkannt wird. Und ich glaube, dass damit übrigens, das hätte Herr Broster an der Stelle sagen sollen als Senator. Für mich ergibt sich an dieser Stelle ein ästhetischer Bildungsauftrag für die Gesellschaft. Und zweitens, weil die Kreativleistungen eben gerade nicht allesamt, muss man sagen, es würdig sind, beim ADC prämiert zu werden. Das ist auch gar nicht schlimm. Also da hat sich trotzdem jemand viel Mühe mitgegeben und muss davon auch leben können. Und ich glaube, dass dieses Brot- und Buttergeschäft in den Agenturen, das wird wirklich in Gefahr geraten durch die KI. Das ist etwas, wenn das am Ende beim Kunden der Marketingpraktikant zusammenstricken kann, dann ist das kein Geschäftsmodell mehr für eine Agentur. Also insgesamt glaube ich, dass so die Latte für den Anspruch an Kreativleistung nochmal ein ganzes Stück höher gehängt wird durch die KI. Auch weil die Kunden wahrscheinlich sagen werden, wir wollen etwas haben, was eindeutig nicht nach Resultat einer KI aussieht. So, das bedeutet jetzt anders formuliert, ja, ich würde sagen, die Kreativbranchen haben eine Verantwortung, den Kampf gegen die digitale Mittelmäßigkeit zu führen, um damit auch ihren eigenständigen Wert immer wieder aufs Neue unter Beweis zu stellen. Durch menschliche Brillanz und Denken jenseits der Konventionen. Für professionelle Kreativität gilt mehr denn je, nur das Beste ist gerade gut genug. Für sie, die Kreativen dieses Landes, sehe ich auch in Zukunft wenig Bedrohliches. Nicht nur, weil sie über Kreativität als Superkraft verfügen, wie es mal hier beim ADC geheißen hat, 2021, sondern weil sie Expertinnen und Experten sind für menschliche Emotionen und Entscheidungswege. Also sie wissen anders als in der KI ganz genau, wie man Menschen berührt, wie man Bedürfnisse weckt und Hoffnungen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen inspirierenden Talk hier. Ich wünsche Ihnen gute Einsichten zu diesem wichtigen Thema im Laufe des ADC Festivals. Und ich hoffe wirklich, dass ich manche von Ihnen dann auch im Schuppen 52 im Juni sehen kann. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.